Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spring Fever. Ein herrlicher Drink für Kinder und Autofahrer bei einer Cocktail-Party ist der Spring Fever. So fruchtig kann ein Drink sein. Eine wirklich tolle Mischung. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 10 cm frisch gepresster Orangensaft 2 cm Ananassaft 2 cm Kirschnektar 2 cm Mango-Sirup 2 cm Maracuja-Nektar 2 cm Frisch gepresster Zitronensaft Scheibe Zitrone Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas, Trinkhalm Zubereitung Eis in einen Shaker geben Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar, Mango-Sirup, Maracuja-Nektar und Zitronensaft dazugeben. Alles schön shaken. In ein Longdrinkglas abseihen. Mit einer Scheibe Zitrone dekorieren. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!